Friesen, Sorgen, Schwäten. Das mag Handwerkers mit den Udbillen. Normalerweise. Man in Südbrockenland giftet ein Kiel. Die hat doch kein Udbillen in. Die mag das als Hobby. Jan ist eigens LKW-Fahrer. Man in Gym sind Feldschmiede. Probiert hier mit Metall Ud, was ihm so in Sinn kommt. Mittlerweile hat hier sogar Fans. Die wies hier denn in Internet, was hier so Udprobiert und kreiert. Und auch von Ansicht her kommt Dobi auch richtig. Was droht, wo die Lüge fallen anfindet. Frank Jacobs hat im Taukel. Jan Ehm schlitt mit den Flexen ollen Propangas-Flairs blank. Funken pflegen. In die Buddel hätte er ein Gesicht schnäden. Das sucht Ud aus der Quaude-Fürst Darth Vader Ud des Star-Wars-Films. Ich bin dein Vater. Ein Kumpel hätte mir meinen Tipp gegeben. Hier, guck doch mal. Du hast einen Führkörf in das Vader-Optik. Möck doch mal sowas. Und der ist auf einen Propangas-Budel baut. Und hab das einfach mal upprobiert. Hab das Bild dann von der Führkörf, wie Facebook postet. Und ja, das schlug in. Das sind Granate. Jan möcht das all, ob ein besündet mir näher. Einfach upprobieren und das funktioniert. Der 200 Jahre alt ist ein Klüter-Boss. Ich hab keinen Metallberuf lehrt. Ich bin von Beruf Lagerist und Kraftfahrer. Und ich hab aber alle mit Klütert. Und ich hab bei mir einen Ollen in der Kühe, hab ich mir damals einen Pkw-Anhänger gebaut. Nun klütert er in seiner Feldschmelderei in der Nähe Ekels im Landkreis Auerk. Für seinen Vader-Führkörf braucht er Ruhe und Blicken. Die Maschine, die mir das machen, hat er sich einfach süß gebaut. Bieter Winkelesen, bieter Quadratrohr, vier Lages, Kette und Kettenritzel von Bräule. Und dann bieter ich die Sonnenklütern. Und dann geht er los. Löppt. Sehen war, kohlt Jan eben, ob Video fast und stellt Day in Internet. Mit Levelo hat hey, I'll go to loop. Und hey, wie ist immer, wer was näht. Tun wie spiel Morsen auf Boston. Und ohne Leerschieben. Im Moment baue ich ein Lastenfahrrad oder auch eine Klüngelein für alle YouTuber. Möge ich auch Tüchen immer so ein paar Lötchen Projekten und Day dann so wiedergehe. Oder auch mal Tipps und Tricks und Waagstehe. In Tüchen ist sogar ein großer Hersteller von Elektro-Waag-Tüch uppum aufmerksam worden. Für Day probiert er nun allstaunlich Schliebmaschinen saugen auf Akkuschrufes ut. Und wer weiß, vielleicht wird der Lastwagen vor Jan eben irgendwann eine Klütebaus von Beruf. Man wird das so weit ist, blüft das Handwerk einfach sein Hobby. Ich hab da einfach Spaß an.